Das Gewandhaus am Altstadtmarkt in Braunschweig. Ein altehrwürdiges Gebäude mit vielen Facetten. Eines der Wahrzeichen der ehemaligen Hansestadt. Was ursprünglich als Lager-, Verkaufs- und Gildenhaus der Gewandschneider diente, ist seit 1910 Sitz der Industrie- und Handelskammer Braunschweig, der IHK. Regional und branchenübergreifend vertritt die Industrie- und Handelskammer Braunschweig die Interessen von mehr als 42.000 Gewerbetreibenden und Unternehmen. Daraus ergeben sich die Geschäftsbereiche der IHK Braunschweig. Standortpolitik, Unternehmensförderung, Aus- und Weiterbildung, Innovation und Umwelt, International und Recht. Der Geschäftsbereich Standortpolitik beinhaltet Themen wie Handel, Raumplanung, Verkehr, Tourismus, Konjunkturberichterstattung und die Veröffentlichung von Wirtschaftsstatistiken. Die Unternehmensförderung der IHK zielt nicht nur auf bestehende Unternehmen. Auch Existenzgründer als Unternehmer von morgen erhalten vielfältige Unterstützung. Die IHK engagiert sich mit ihren Partnern für eine aktive Gründerszene. Wer selbst eine Ausbildung in einem IHK-Beruf absolviert hat, kann sich vielleicht noch an den Moment vor den Prüfungen vor der Kammer erinnern. Die berufliche Aus- und Weiterbildung gehört zum Kerngeschäft der IHK. Sie berät zu ca. 140 verschiedenen Ausbildungsberufen und achtet auf die Rechtmäßigkeit der Ausbildungsverträge. Jährlich legen mehr als 3000 Azubis ihre Abschlussprüfungen vor der IHK ab. Im Geschäftsbereich Innovation und Umwelt fördert die IHK gezielt die Innovationskraft und das nachhaltige Wirtschaften der regionalen Unternehmen. Innovations- und Patentberatung, Kontaktpflege zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie Technologietransfer stellen einige der Schwerpunkte dar. Über die IHK finden die regionalen Unternehmen Anschluss an das weltweit agierende Netz der Auslandshandelskammern. Sie berät und stellt Formulare für den internationalen Handel aus. Zur Unternehmensförderung gehören immer auch rechtliche Aspekte. Neben Informationsveranstaltungen und Rechtsauskünften können Mitglieder z.B. die Schlichtungsstelle für kaufmännische Streitigkeiten nutzen. Im Unterschied zu anderen Organisationen der Wirtschaft repräsentiert die IHK Braunschweig das wirtschaftliche Gesamtinteresse aller regionalen Wirtschaftsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Der enge Kontakt zu jeder einzelnen Branche und jedem Unternehmer steht dabei im Fokus und natürlich der Bezug zur Region. Mit einer Auflage von 18.000 Exemplaren ist die monatlich erscheinende IHK-Wirtschaft dabei ein weiterer fester Bestandteil der Kommunikation wichtiger Informationen für Handel und Industrie. Die Wahlen zur Vollversammlung finden in der Braunschweiger IHK alle fünf Jahre statt. Jedes Mitgliedsunternehmen erhält dabei eine Stimme und kann einen Kandidaten zur Wahl aufstellen. Durch verschiedene Wahlgruppen ist sichergestellt, dass alle Branchen in der Vollversammlung vertreten sind. Diese tritt mehrmals im Jahr zusammen und stimmt über die Arbeitsschwerpunkte der IHK, die Finanzen und grundsätzliche Angelegenheiten ab. Außerdem wird durch sie der Präsident gewählt. Zahlreiche Tätigkeiten in der IHK werden durch das Ehrenamt erfüllt. Zu nennen wären hier unter anderem die Abnahme von Prüfungen oder die Tätigkeit in Fachausschüssen. Die IHK lebt durch das Engagement ihrer Mitglieder und deren Ideen als ein starker Partner in der Region. Das Gesetz ist ein technische Angelegenheiten zu einem amerikanischen Bedanken berühren. Im gleichen台灣erhögel mit Paul den lengthen Bünder und Dorf.